Jeder von uns hat es vermutlich schon häufiger erlebt. Momente, die einem passieren und niemand, dem man davon berichtet, das Ganze glauben kann. Im heutigen Video stellen wir dir 50 unglaubliche Momente vor, die zum Glück auf Kamera festgehalten wurden. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal Wunderwelt. Und jetzt viel Spaß. Der Mann war gerade auf dem Weg zu seinem Schuppen. Im letzten Moment bemerkte er zum Glück noch den Elch, der hinter ihm lauerte. Der Elch war kurz davor, dem Mann einfach anzugreifen. So verschanzte er sich in seiner Hütte und der Elch verließ nach mehreren Minuten zum Glück wieder die Gegend. Eine Frau stritt sich mit ihrem Mann im Auto. Sie schaltete den Fahrassistenten ein und ging einfach heraus. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und dadurch kam es dann zu einem Unfall. Damit hatte die Familie in ihrem Ferienhaus sicherlich nicht gerechnet. Eine Schwarzbärmutter und ihr Junges ging zwar im Auto, da es nach Essen roch. Sie machten die Tür auf, gingen in das Auto rein und fraßen dann das ganze Essen auf. Anschließend verlassen die drei Schwarzbären das Auto, als wäre nichts gewesen. Eine riesige Welle kam von der Seite. Wären die Menschen stehen geblieben, wären sie einfach mitgerissen worden. Es sind wirklich unglaubliche Aufnahmen aus Talwar. Eine Brücke, die scheinbar fest wirkt, fällt einfach innerhalb von Sekunden in sich zusammen. Bei dem Unglück starben mehrere hundert Menschen. Mitten auf dem Highway fällt dem Motorradfahrer auf, dass die Frau einen Kaffee hinten auf ihrem Auto stehen gelassen hat. Den Kaffee gab er der Frau dann direkt in die Hand. Hast du so etwas schon mal gesehen? Diese junge Frau kann auf einem Fahrrad unfassbare Stunts machen. Sie kann freihändig nur auf dem Hinterrad fahren und schafft es sogar einen Handstand auf dem Fahrrad zu machen. Dem Hund war scheinbar etwas langweilig geworden. So stürmte er den Fußballplatz, spielte mit den Spielern und natürlich auch mit dem Ball, bis er wieder verschwand. Ein Surfer wollte unbedingt durch gigantische Wellen surfen. Doch an diesem Tag waren die Wellen so unglaublich groß, dass er einfach mitgerissen wurde. Als er gerade von der ersten Welle erfasst wurde, kam auch schon die zweite. Glücklicherweise wurde er kurz darauf gerettet. Der Mann hatte durch die schweren Wassermassen mehrere Knochenbrüche erlitten. Dieser Hund sah einen kleinen Delfin im Wasser schwimmen. So wollte er direkt hinterher schwimmen. Doch nach wenigen Metern fiel ihm auf, dass er einfach nicht schnell genug ist. Dem Baggerfahrer schien es wohl scheinbar etwas langweilig geworden zu sein. So ließ er das Flugzeug einfach an seiner Schaufel fliegen. Das hatten sich die Touristen sicherlich anders vorgestellt. Plötzlich kam wie aus dem Nichts ein Elefant und trank einfach das Wasser aus ihrem Pool. Die Frau kam auf die Idee für Instagram ein cooles Video zu machen, wie sie in einen eiskalten See reinspringt. Doch sie hatte nicht damit gerechnet, dass das Eis so hart war, dass sie überhaupt nicht einbrechen kann. Diese Aufnahmen entstanden auf einem Militärflugplatz in der Ukraine. Das Flugzeug flog nur wenige Meter über den Boden und traf fast die Soldaten. Der Tanker war in Seenot geraten und hatte schlussendlich mehrere Lecks. Zum Glück konnte die Besatzung rechtzeitig gerettet werden. Wie schnell ein Tanker am Ende untergehen kann, sieht man in diesem Video. Für einen Actionfilm wusste dieser Helikopter genau auf einen Zug zu fliegen. Im letzten Moment hebte dann der Pilot ab. Hier zu sehen sind Aufnahmen für einen Actionfilm. So wird die Frontperspektive der Autos gefilmt. Das Ganze sieht nicht nur spektakulär aus, sondern ist auch nicht ganz ungefährlich. Der Busfahrer verschob immer wieder seinen Bus auf die nächste Fahrbahn, um so mehr oder weniger dem Motorradfahrer sein Leben zu retten. Denn wäre er auf der Fahrbahn geblieben, hätte ihn früher oder später vermutlich ein Autofahrer erwischt. In Texas bildete sich eine gigantische Regenwolke. Daraus resultierend waren mehrere Tornados und unheimlich starker Wind. So kam es dazu, dass mehrere Baukräne zusammenbrachen und mehrere Häuser beschädigten. Diese besondere Munition ist Leuchten. Wenn man schießt, sieht man so die Kugel und genau den Einschlag. Diese Aufnahmen entstanden in New York bei einer spektakulären Flugzeugshow. Die Forscher sehen aus wie Marsmenschen und wollen den Leuten zeigen, wie schwer eigentlich Lava ist. Eine Ziege hat es aus unerklärlichen Gründen geschafft, sich mit den Hörnern an einer Stromleitung aufzuhängen. Zuerst wurde die Stromleitung gekappt. Dann nahmen die Männer eine Leiter und schoben die Ziege wieder langsam Richtung Berg. Dort konnten sie sie dann vom Strommast befreien. Alligatoren können nicht nur schnell laufen, sondern wie man auch in diesem Video sieht, über Zäune klettern. Der Mann füllte Mentos in die Cola-Flasche. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch für den Kameramann gab es eine böse Überraschung. Solche Aufnahmen sind wirklich selten, denn die Sternen-Schnuppe leuchtet einfach blau. Das Militärfahrzeug schafft es wie eine Art U-Boot einfach unter Wasser zu fahren. Das sind wirklich spektakuläre Aufnahmen. Die Vögel wollten das Essen vom Orca stehlen. Doch dieser entschied sich, einfach den Vogel als Mahlzeit zu nehmen. Ein Fuchs war über den Zaun gesprungen und wollte sich ein Huhn klauen. Doch da hatte er nicht die Rechnung mit den Schäferhunden gemacht. Schreibe uns doch gerne mal in die Kommentare, welcher der heutigen unglaublichen Aufnahmen du am spannendsten fandest. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibe uns doch gerne mal in die Kommentare.